So, hallo und herzlich willkommen nochmal zu Warhammer Vermintide. Ich probiere es jetzt nochmal, ob ich es hinbekomme, einen stabilen Stream hier zu bekommen. Wenn nicht, dann werde ich... Ich spiele es gerade mal nur kurz auf Rekrut, weil ich so gesehen alleine spielen will. Und mit einem Level-Fünfer-Charakter. Mir geht es jetzt gerade aber sowieso vor allem darum, zu schauen, dass ich meine 60 Frames halten kann. Das habe ich nämlich vorhin nicht geschafft und das geht nur vom Zeiger. Die Bälle in der Klasse sind in Elmgard's Tempel von Sigmar. Gib ihm eine gute Platt und du ziehst alle Ironblad für miles herum. Warum? hast du gefragt. Schauen wir mal, YouTube funktioniert. Die Bälle in der Klasse sind in der Klasse sind in der Klasse sind in der Klasse. Die Bälle in der Klasse sind in der Klasse sind in der Klasse. Wie gesagt, ich schaue gerade, dass ich meine 60 Frames hinbekomme bei Vermintide. Ich glaube, das schaue, wie festerend flesh. Oh, blösser Schuss! Schmerz, Torx. Gas-Rot! Gas! Blubadiers down! Wunderbar! Stream läuft! Wunderbar! 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 Also ich denke das Problem ist das ich hosten muss. Oh, hi! Willkommen! Wer auch einmal da gerade eingeschaltet hat. Ich frage gerade noch mal ein Spätzle ob er kommt. Wunderbar! Weil nachdem es jetzt... Oh, komm! Komm! Ich hab dich getroffen. Eigentlich. Oh! Echt jetzt? Genau! Und jetzt treffe ich! Komm! 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 Okay! Käthos Warrior! Okay! Okay! Ist doch krass auf dem. Okay. Okay, ich denke, ich bin der Schum. Untertitelung des ZDF, 2020 Ah! Immer noch keine Fram Drops, sehr geil. Also ich glaube das Problem war wirklich, dass ich nicht gehostet habe. Muss ich dann mal schauen, wie es ist, wenn ich da mal ohne Bot spiele. Weil dann muss ich wahrscheinlich auch noch Bandbreite für die anderen. Das ist nicht so schön. So! Obst du denn überhaupt noch gerne? Ah! Hier! Verstehende Stapfen! Rass uns runter! Ins Gesicht! Ich habe noch nie liebte, Potionen! Ah, gut. Naja, kein Port in der Sturm. Da ist ein Rattel für uns, da. Du siehst! Ah! Geil! Okay, das wusste ich nicht, dass man das machen kann. Das ist natürlich mega! Was wird es so schön! Oh! Fass uns runter! Diese Hände! Das war's! Werden Sie? Wir haben dich! Was haben sie mit euch? Was haben sie mit euch im Leben? Ich habe dich mit euch da gefangen. Ich habe es konsumiert, was wir jetzt. Ich bin nicht in den Lauf. mal kurz alle weghauen mal kurz 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 Kommt Leute, wir nehmen die Plattform. Schauen wir mal unten wo sie kommen. Schauen wir mal unten. 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 zum glück nicht besonders aus Ja, du bleibst! So, jetzt gehen wir nochmal zurück und lasse ich das Kill relieren. Hier war doch nochmal so ein scheiß Healing. Hab gedacht hier war irgendwo nochmal ein Healing drin. Ah doch, da vorne. Ciao. Side by side, posten together. And forniget, Dorni. And forniget, Dorni. And forniget, Dorni. Dorni, Dorni. I don't want burning to a crisp, so kill that warped fire thrower. Ruvadar. Warped fire thrower's out of it. Wunderbar. Wunderbar. Nehme ich ein Grimm mit? Nee, bei drei Bots nicht. Bei drei Bots ganz sicher nicht. Wunderbar. Ähm. Ach da oben da. Stimmt, die Kanone müssen wir uns ausrichten. We cannot simply walk through solid holes. Backstabber, did you see it? So much for that assassin. Was ein bisschen zu einfach. Die. Die, die! Die, die! Gott, war das schlecht. Hat zum Glück keiner gesehen. Schon wieder nicht getroffen. Die, die! Die, die! Das ist die Tür! Die Blightstormer! Die Blightstormer! Die Blightstormer hat die Vortex! 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 Die Blightstormer hat die Vortexerald! Die Blightstorm! Oh, komm schon. this empire is rotten to the very part, some things do deserve this hold up, im feeling a touchdown of sorts hey son, gutta runner gutta runner's down warum haben wir nur wir haben doch drei eins zwei drei wunderbar jetzt haben wir drei noch eine Welle ok jetzt werde ich gleich beim Entgegner jetzt kommen sie wieder von oben jetzt kommen sie wieder von oben hier kassaki nun in da 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 in Oh So, wunderbar. So, und jetzt müssen wir den Tempel treffen. Hier, das haben sie rausgepatcht, hier die Ecke, das war immer das beste Versteck und dann haben sie da die Möbel hingehauen. Jetzt müssen wir überleben. Nicht mal da. Hier geht's eigentlich ganz gut. Hold your breath and shield your eyes. Shut it, that spying thing! You like that? You like that? Bloody. Manus. Hold the line. Hustle's mein... Pyro weg. Hustle's mein... Hustle's flames! Ding ham! Hustle's ben! Jungs! Das ist sechsmal! Hustle's! Hustle's! Tollfücher, das sind Berserker. Wo haben wir denn die Feuerwaffe? Haben sie fast geschafft. Ta-da, geschafft. Haben wir alle überlebt? Wunderbar. So muss das. Wunderbar. Wunderbar. So muss das. Servus und willkommen zurück zum Stream. So. 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 Machen wir mal die Schatulle auf. Müll, Müll. Und, ah ja genau, Müll. Oh man ey. Ich bin eingerostet. Aber ich möchte ganz ehrlich, ich weiß nicht. Oh Gott, aber bloß nicht die Waffe. Für die eigentlich echt nicht schlecht. Der Schlimm. Hier, das ist gut. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, passende Spieler konnten nicht gefunden werden. Kommt doch schon einer. Und jetzt muss ich mal schauen. Weil wenn es jetzt zusammenbricht, dann ist das leider ein Spiel, was ich wahrscheinlich einfach nicht streamen kann. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay, wir haben eigentlich jetzt so langsam mal... Ah, das sind sie alle. Aber, schaut alles gut aus. Getting a bit concerned about Castle Drakenfels, again. Seems that the pack swarm is making free with the place, and there are reports of folk going missing in the nearby villages. Sort it out would you? Trouble at Drakenfels, is trouble we don't need. Mein Einer Viewer, du darfst gerne was schreiben. Backseat Gaming ist erlaubt, du darfst sogar sagen welchen Helden du gerne hättest. Dann verkacke ich noch mehr, aber ist okay. Sollte es Blubblub oder Crabber sein, wir können dann auch heute auf Warschip spielen. Komm her, Dringbarazzi. Wir müssen nach Blubblub before es zu late. Ich bin nicht optimistisch über die Geist. Kenn ich das? Uff, ich weiß es gar nicht. Kenn ich dieses Ding? Ich folge dir ganz einfach mal. Das ist so schön, Blubblub. Wie lange ist das? Wir müssen nicht nach Blubblubel sein. Wir müssen nach Blubblub über die Städte. Flonai über ein secretes Geist. Und ein Mann. Ich nehme mir mal den Halt rein, ich bin echt schon ein bisschen eingebautet. Ach ja, du hast sie eh. Okay, rushen die einfach nur durch, oder? Ich nehme mal schön in Bewegung. Okay. 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 SUBBele Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja, da kannst du mal aussehen. Ich kann alles einsetzen. Victor kriegt jetzt erstmal nichts mehr. Oh, wassit? Do we reckon... Das war's für heute. Ich bin ein Kind von Athol-Loren. Ich bin ein Kind von Athol-Loren. Ich bin ein Kind von Athol-Loren. Vektor ist AFK. Vektor ist Tutsch. Wir nehmen die Kazaki Dome zusammen. Kazaki hat's got to kill it! Is Assassin dead? There'll be more. Cannot, hey! You're crap. It'll do them no good. You're right. You're right. We have a bright star. We have a bright star. We have a bright star. Das ist ein Blightstormer. Wir sind jetzt in der Zeit. Das ist ein Blightstormer. 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 Das sieht geil aus. Aber das sieht echt nach einer neuen DLC-Map aus. Also die kann ich noch überhaupt nicht. Der ist dadurch nicht gestorben. Das ist ein Blightstormer. 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 Okay. Oh, shit. We kill the leads, Jordan! Contact, passive Flight Stormer. Flight Stormer, he explodes. You need to parry, peasant. I'm not in. Cool, I'm right behind you. ok, die wissen wo es lang geht, ich beschütze die jetzt einfach mal Viktor, wir schützen uns los oh, komm Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Dich hab ich neu, super. so, das reicht es mir jetzt reicht es mir aber erstmal für Dingenskirchen für Wermintat ich steige doch wieder um auf World of Warships denke ich mal also ich mache eine kurze Pause und bin wahrscheinlich seit 5 Minuten wieder online bis gleich und bin wahrscheinlich seit 5 Minuten wieder